Hallo liebe Rampfreaks! Herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video. Ich sage immer ein ganz kurzes Video und es ist ewig lang. Da sitzt meine Frau, die filmt mich gleich. Aber ich dachte, jetzt steige ich mal per Selfie-Mode hier ein. Ja, ich habe gerade gemäht. Heute ist, welcher Tag ist denn heute? Der 10. Der 10. Heute ist der 10. Oktober. Aber ich habe ja am 19. September nachgesät und mittlerweile hat sich die Rasenfläche so dermaßen gut entwickelt. Also es ist ein echter Traum. Jetzt geht die Sonne weg. Ich mache mal ein paar Shots aus der Nähe. Warte. Es ist einfach irre, wie gerade hier die Agrostes, Schulanifera, wie die sich entwickelt hat. Es ist irre. Aber wir haben auch schon gewaltige Wurmhaufenspots hier. Da sind sie. Gewaltige Wurmhaufenspots. Das sieht man in einem Flachfilm nicht so doll. Aber tatsächlich gibt es dadurch schon ziemliche Lücken. Also auch die ganze Fläche ist mittlerweile wieder gleichmäßig grün. Das ist der absolute Wahnsinn. Denn hier unter der Eiche ist es immer noch ein bisschen fleckig und dünn. Aber im hinteren Bereich ist es schon richtig, richtig super. Aber auch hier gewaltig viele Wurmhaufenflecken. Ich darf mich so schnell drüber fahren. Da seht ihr sie ganz gewaltig. Auch da hinten. Auch hier ganz krass. Alles voller Wurmhaufenflecken. Aber grundsätzlich sehr, sehr schön wieder nachgekommen. Auch das hohe Gras sieht schon wieder richtig gut dicht aus. Und was ich euch eigentlich zeigen will, ist die Katastrophe auf der Ostfläche. Wir haben leider, leider eine ganz böse Pilzinfektion. Auf der Porapratensis, auf der Wiesenrispe. Das habe ich noch nicht gehabt. Junge, Junge. Ich habe es ja jetzt eben schon gesehen. Die Fläche sieht so braun aus. Und dann habe ich die Lupe genommen. Und mir mal die Blätter genauer angeguckt. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, hier sieht man ja doch deutlich, wie braun hier tatsächlich die ganze Fläche ist. Besonders hier ist sie braun. Und auch im hinteren Bereich überall sehr, 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 sehr braune Stellen. Und wenn man dich da rangeht, dann sieht man tatsächlich, dass das breite Gras, nicht das feine Gras, sondern das breite Gras, so stark braun ist. Das haben wir nicht nur hier auf der flachen Fläche, sondern auch im höheren Gras. Hier an der Stelle, das ist ja auch hier neu, genau diese Ecke hier. Genau diese Ecke haben wir auch nachgesät. Und auch hier im hohen Gras, wo es tatsächlich eben weniger Belastung ist, haben wir genau hier diese komplett braunen Halme. Wir versuchen, das gleich nochmal einzufangen hier mit der Lupe. Und das ist Rost. Also die sogenannte Rostkrankheit, auch eine Pilzinfektion, die vor allem die Poa pratensis befällt. Und die habe ich ja hier neben der Festuca eingesät. Die Festuca sieht gut aus, die Patensis sieht richtig schlecht aus. Meine Frau hält jetzt mal mit der Kamera drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig gut zu erkennen ist. Das sind so Pusteln. Vielleicht da auch noch ein bisschen besser zu sehen. So kleine bräunliche Pusteln, so rostige Pusteln. So, perfekt. So? Ja. Vielleicht seht ihr das. Hier blende ich jetzt auch nochmal so ein Bild ein aus so einem Handbuch zu Rasenkrankheiten. Vielleicht habe ich auch noch einen schönen Link für euch. Wenn ich einen finde, von Compo oder von wem auch immer, da gibt es tatsächlich sehr, sehr schöne Broschüren von diesen großen Firmen. Die wollen natürlich auch ihre, wie heißt das, Fungizide, ihre Pilzbekämpfungsmittel verkaufen. Da gibt es sehr, sehr schöne Handbücher, wie man eine Rasenkrankheit erkennt. Und was man dagegen tun kann, da blende ich jetzt hier mal so ein Ding ein, oder zwei von Compo und von irgendeiner Firma. Und da könnt ihr ja mal selber nochmal nachlesen, was man eben da machen kann. Es ist immer Feuchtigkeit. Es sind immer mittlere Temperaturen. Es ist so diese Übergangszeit jetzt hier bei Rost. Es ist ein Stickstoffmangel. Es kann Stress sein. Also gerade Tau spielt eine riesige Rolle bei dieser Rostkrankheit. Wie ich das auch schon mal hier in diesem Video zum Thema Tau abwählen gesagt habe. Ja, das passiert halt. Und da kann man nur, wie gesagt, mit Stickstoff gegensteuern und hoffen, dass das Gras sich bald wieder erholt. Aber ganz kaputt geht es nicht. Und das ist ja die gute Nachricht. Genau wie beim Schneeschimmel, da ist auch nur das Gras oberflächlich kaputt und kommt dann wieder nach. Ich habe jetzt vor einer Woche hier nachgedüngt mit, ja, nicht so viel Stickstoff. Ich habe hier den 909 genommen von Grashopper CG909. Also nur mit 9% Stickstoff, um ein bisschen das Blatt zu stärken. Wir sind aber schon sehr stark im Herbst. Also ich möchte schon jetzt nicht im Herbst mehr so viel Stickstoff düngen. Es regnet. Egal. Und deswegen habe ich jetzt eben so eine geringe Stickstoffmenge hier nochmal drauf gestreut. Das wird jetzt hoffentlich in einer Woche sich ein bisschen verbessern, die Situation. Und das scheint aber auch ganz typisch zu sein. Ich habe einen Anruf bekommen von einer Zuschauerin, die auch sagte, sie hat also einen sehr starken Rostbefall auf ihrer Rasenfläche. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade aussieht, was ihr so für Probleme habt mit Rasenkrankheiten. Schreibt das mal in die Kommentare, wäre sehr interessant. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier eine Rostinfektion und ja, das ist nicht schön, gerade auf der neuen Fläche. Die alte Fläche ist top, da ist nichts knallgrün und die neue Fläche ist praktisch durchgängig braun. Also das ist, das ist der Hammer. Also dieser Übergang, hier verschwimmt es so ein ganz bisschen, aber hier ist es absolut perfekt, das Gras. Wollte ich euch nochmal kurz zeigen, dass ich eben auch hier wieder ein Problem habe, leider ein Problem habe mit einer blöden Pilzinfektion. Das ist halt eben so bei Rasen und gerade auch, wenn man hier so ein bisschen weit extrem unterwegs ist mit tiefem Schnitt. Ich bin jetzt mittlerweile auf zwölf Millimeter runter, habe ich ganz vergessen zu sagen. Also ich habe tatsächlich jetzt die Fläche auf zwölf Meter runter geschnitten, aber ihr habt ja gesehen, das hohe Gras ist genauso befallen wie das tiefe Gras. Das hat also keine Rolle gespielt. Aber das Gras ist natürlich noch jung, das ist noch nicht richtig verwurzelt. Hat sich noch nicht so gut hier eingelebt beim Rasenfreak und deswegen ist das jetzt hier doch tatsächlich krank geworden. Das finde ich traurig. Naja, wird schon wieder besser werden. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.